Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon X. Heute wollen wir uns Mewtwo fangen, aber wir müssen noch einmal schnell was erledigen. Nämlich die Donnerwelle wollen wir unserem Amagargo wieder beibringen. Auf Wiedersehen, Überstrahl. Obwohl, warte mal... Blitzen nehmen wir auch noch mal schnell mit rein. Okay, Mewtwo. Im Hintergrund die Tröpfchen sind nice. Alles klar. Bis jetzt haben wir Mewtwo eigentlich immer angefangen. Zumindest im Stream. Ich muss das bis jetzt nicht Offscreen machen. So. Oh, das kann ich auch eigentlich mal verkleinern. So, als erstes haben wir mal eine Donnerwelle raus. So, Mewtwo hat eine Fangrate von 3. 1,6%. Typ Psycho. Genau. In der Megafor... In der Megafor... Psycho-Kampf. Er... Er Zwinger... Versteckte Fähigkeit... Anspannung. Oh, cool. Die Remake-Melodie. Der die Fl Frankfurt mehr! Los F cards! Manfend Santava Trance! Man also serviert die Flanenstack! Lesser! Heula, Aurasphäre. Was ist Aurasphäre für eine Attacke? Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich denke mal eine Psycho-Attacke, oder? Jetzt aber Donnerwelle. Genesung, schön. Bitteschön, Mewtwo. Okay, das hat Genesung, Aurasphäre, Barriere und noch eine andere Attacke. Blitz. Ja, Mewtwo, deine Verteidigung. Deine Physische darf gerne steigen. Da habe ich nichts dagegen. Meistens hatte Mewtwo immer noch Sternenschauer drauf. Autsch. Das hat B. Egal, wir haben es immerhin schon mal gepackert. Los, Turtok. Surfer. So, ein Surfer sollte es noch locker tanken. Es sei denn, es ist ein Crit. Ah, es hat ja Genesung drauf. Oh nein. Da hat es bestimmt 20 Stück oder so von. Das heißt, wir müssen das Spiel mitspielen. Ah, super. Stärke. Warte, sehr sehr wenig abziehen. Ja. Aber da müssen wir erst mal ein bisschen drauf gehen, weil wir müssen abwarten. Damit es wirklich mal seine ganzen Genesungen verbraucht. Das kann dauern. Groß. Und die Vierte hat dann jetzt Cichokinese. Okay. Davon hat er auf jeden Fall 10 AP. Da bin ich mir relativ sicher. Und die Vierte hat er auf jeden Fall 10 AP. Da bin ich mir relativ sicher. Machen wir weiter mit Blitz. Und komischerweise frisst Blitz und auch Donnerwelle wieder 2 AP. Oder ist das die Fähigkeit als Zwinger? Ja. Ich dachte immer, es wäre sozusagen, also in den anderen Legendary Fights, allerdings Maragd ist es auch aufgetreten, aber da hatte ich ja zum Beispiel, beziehungsweise mussten wir zum Beispiel bei Latias das Aura-Ticket, glaube ich, cheaten. So hieß das. Und bei sonst wäre ich halt nicht herangekommen und dachte, dass das halt dadurch kommt. Aber vielleicht doch durch den Zwinger. Das kann sein. Aha. Da wollen wir mal weitermachen. Bis jetzt entfaltet Blitz noch nicht seine Wirkung. Los einmal Gar-Gar. Blitz. Okay. Das geht. Eistrahl. Verdammt. Gut, dann würde ich sagen, schmeißen wir mal den ersten Finsterballbaum. Immerhin einmal schon mal gewackelt. Wie viel Aura-Sphäre? Was hat er eigentlich? Los, Bigaron. Oh, aber es hat immerhin dreimal schon mal gewackelt. Ich hoffe, der Verzweifler kann auch immer noch daneben gehen. Oder zumindest in der dritten Gen ist es noch so oder vierte Gen sogar auch noch. Kannst du den Kampf nämlich richtig haftig hinauszögern und vor allen Dingen mit der Verzweifler? Ja. Das ist klar, wir müssen unsere anderen Teammitglieder erst mal wieder beleben. auch wenn ich jetzt gerne einen Ball schmeißen würde, aber das Risiko will ich nicht eingehen. Ja. 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 . aber zweimal schon mal dreimal gewackelt das ist schön jetzt kommt die genesen oder dreimal schon nein hat doch keine wirkung auf amagaga ich habe angst wenn ich mal rotze einsetzen dass es dann nicht weg ist obwohl wartet mal wir können es gerne so versuchen zu fangen aber wir ja flott bei abfahrt los ja warum ausgerechnet jetzt aber wir tanken scheint doch eine kompattacke zu sein nitro ladung das war's in your game Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Anscheinend, wenn man Legendaries fängt, gibt es mehr E.P. Läuft bei dir. Rauchwolke. Nein. Jawoll. Alter. Dieses Pokémon ist das Rücktrittag eines jahrelangen und skrupellosen Experimentes. Willkommen in M.T.M.E.O. Na ja, um Proxy, den entwickle ich nochmal. Sehen wir nochmal in der Entwicklung. Glückwannstein, Proxy war dazu, Amphizel, ist klar. Nein, ich will die Rauchwolke nicht erlernen. Gott sei Dank. Mewtwo, Mewtwo need X erhalten und denke ich mal an Y, kriegt man Y. Ja gut, dann danke ich euch fürs Reinschalten, ihr könnt gerne ein Abo und ein Comments da lassen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Mal.